Ich dachte, es wäre für dich gesehen. Wirklich mutig, so spät Kinder zu kriegen. Danke. Aber Sie haben sich gut erwischt für Ihr Alter. Karl, kümmern Sie um das Kind? Und Sie haben geliebend Zeit, sich nach was anderem umzuschauen. Sehr praktisch. Ich glaube, Sie gehen jetzt besser. Hast du das ja schon gesagt, Karlie? Was? Der Pannendienst kommt in einer halben Stunde. Wenn das so weitergeht, kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Ringetauschen. Dir wäre es doch gerade recht, wenn wir noch die ganze Hochzeit verpassen würden. Warum bist du so giftig? Meinst du, ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit diese Musik hörst und von Trinidad schwärmst, als wäre es das Paradies auf Erden? Was ist das Paradies auf Erden? Scheiße. Ich will, dass du einen Edztest machst. Das ist doch lächerlich. Ach ja? Was? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Mein Gott. Was ist so toll? Sie führen kein Gespräch wie dieses. Und? Dein Ryd Dein Ries Dein Ries Untertitelung des ZDF, 2020